Also unsere besonderen Leute, im Augenblick haben wir nur einen Expedition Leader, den mache ich übrigens mal auch zum Manager, zum Psychiater nicht unbedingt, aber auch nicht zum Chief Medic, aber zum Broker und zum Bookkeeper. So, und jetzt sieht man schon, die brauchen, haben hier Requirements, wenn ich mir das ansehe, die brauchen Mega Office, Modest Dining Room, okay, der hat schon höhere Ansprüche gleich, weil normalerweise braucht der Expeditionsleiter am Anfang nur ein Mega Office, um zu leben. Mehr oder weniger. So. Das sieht langsam ein bisschen komisch aus hier unten. Und ich wäre mir auch froh darüber, wenn einer die Brücken bauen würde, die noch fehlen. Ja, ich kümmere mich schon mehr um die Verteidigung, jetzt als um meine Basis, die sieht übrigens ein bisschen furchtbar aus, mit dem ganzen Gestein, der da rumliegt. Oh, und Betten sind fertig, sehr schön. Aber erst einmal, Table und Throne aufstellen. So, und dann können wir hier noch ein paar Betten hinstellen. Alles erstmal provisorisch. Und wir sind immer noch damit beschäftigt, Items im Stockpile zu storen. Ich will gar nicht wissen, wie viel... Oh, wir haben noch sehr viel Zeug. Ne, wir haben nur noch hauptsächlich Anthrazit und grünes Glas da drin. Haben wir kein Trinken? Nein. Achso, die trinken ja auch Wasser, die Gnome. Deswegen gehen sie hier trinken. Okay. Mhm. Okay, die Treppe nach unten ist fertig. Das Einzige, was fehlt, ist das Zwischenstück. Hier. Stone Stair Up, Stone Stair Down, aber Up and Down Stair fehlt noch. Äh, Carpenters Workshop kann mir ein paar Bins machen. Weil, wie ich bereits sagte, die ganzen Sachen hier können wir auch in Bins einlagern. So, Betten werden aufgestellt. Sehr gut. Und jetzt können auch die Gnome in den Betten schlafen und sich ein bisschen besser ausruhen. Das ist ja auch nicht mehr so mies gelaunt. Hm. Weather has cleared. Sehr schön. Bin auch am überlegen, wie ich das nachher mit meinem Naturschrein mache. Oder ob ich einfach auf Tiere ver... Zentauren? Was machen Zentauren hier bitte bei mir? Also die beiden Jungs hier, das sind Zentauren. Aber die scheinen wohl weiter zu ziehen. Ich hoffe, das waren keine Speer oder so. Und ja, da sind die Bins fertig. Ich hoffe, sie werden auch benutzt. Warum habe ich so viele Bags eigentlich? Sandbag, okay. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Nur die beiden Sachen wurden noch nicht aufgestellt, hä? Gut, das kann auch noch ein bisschen warten. Und es ist schon Herbst. Ui. Stimmt eigentlich, wann kommt die erste Karawane? Wir haben nämlich auch irgendwie noch nichts zum Verkaufen. Ich habe nämlich noch keinen Quarfts Gnomes Workshop gebaut. Oder war das bei Gnomes anders, dass man erst irgendwelche Verträge braucht, um Karawanen zu rufen? Jedenfalls finde ich die Ratten hier unten sehr irritierend. und ich könnte mal eine meeting zone machen hier unten hier im eingangsbereich dass meine tiere und so weiter sich nach hier unten verkrümeln weil ich hoffe mal diese tiere die ich habe ok außerdem fährt vielleicht das wert sollte oben bleiben also mache ich hier oben eine zweite zone hin hier auf die wiese also zonen sind so bereiche die ich einfach deklariere wie man hier drüben sieht machen pen page draus und packt das pferd da rein also das ist sozusagen ein provisorischer stall und ich merke ich habe hier honigbienen direkt vor der haustür naja sehr schön die brücken werden immer noch nicht gebaut dafür ist jetzt hier unten alles frei sehr schön ich warte immer noch darauf dass die brücken gebaut wurden das sehe ich hier alles fertig machen kann na los kommt schon ihr seid immer noch mit dem store und beschäftigter glasmaker construct building construct building ach so die bauen jetzt endlich ja ja sie haben tisch und stuhl aufgebaut und aus den beiden sachen mache ich jetzt ein office und ein dining room sein share to meinem expedition leader und hier mache ich ein dining room draus sein table expedition leader so und jetzt kann ich über den nobel screen nobel screen ich mediter screen so jetzt sagt er schon mal dass er mega dining room hat aber gerne ein modest hätte aber er ist schon mal so weit zufrieden dass wir ihn mal kurz auf all counts stellen können bei seinem bookkeeper bei seiner bookkeeper arbeit dass er mal kurz geht und nach den stocks guckt die wir so haben also nach unseren vorräten so ich würde sagen hier hätten wir schön viel platz für farmen hier oben hätten natürlich auch noch hier platz für farmen aber ich will sie weiter oben haben und ich habe jede menge ungeziefer hier ja gut wie sieht es soweit aus sieht alles okay aus soweit es packt sogar jetzt endlich mal einer was in die bins was so rum liegt von diesem glas genau gem bin wurden bin granit wurden bärbel okay und es beginnt zu regnen die erste brücke sind nicht fertig von den beiden wenn die zweite fertig ist dann können wir uns hier runter graben übrigens ist das hier was anderes jetzt wieder oder ja das ist shale okay die schlafen der macht record keeping jetzt wissen wir nämlich alles was wir haben also auch können in die küche gucken sehen wir haben fisch den weg verkochen können wir haben strawberries prickleberries bloated tapas die wir verbrauen könnten dazu bräuchten wir allerdings erstmal noch ein paar fässer also er guckst das war falsch v waren fässer und dann können wir das ist tellery brew drink und repeat machen und aus dem fisch könnten wir obwohl das ist war fisch auch hat der eine fischer den ganzen fisch da zusammen gefischt plants powder sand seeds wir haben jede Menge prickleberry seeds weapons armor haben wir nur die klamotten die 10 jetzt armor foodware locks stones warf games und so weiter ja gut ich muss mir bis zum nächsten mal überlegen wie wir dann weitermachen mich noch mal ein bisschen einlesen also ja wir müssen auch ich muss auf jeden fall gucken wie wir unsere verteidigungswaffen herstellen und aufbauen dann muss ich gucken dass das mit unseren brücken läuft das ja auch hochklappbar und runterklappbar sind und wie wir an karawanen und so kommen weil hier könnte ich jetzt mal hier könnte ich jetzt sagen genau und wirst hier drüben war es war's oder ist es jetzt mein depot nämlich wieder betretbar und bis jetzt haben wir nicht gerade viele nachrichten gekriegt so rock krafts repeat wenn wir überhaupt ein rock crafter haben wenn ich dann machen wir nachher einen zum rock crafter und ich gebe natürlich mal meine liste wieder durch und vergebt namen wenn ihr gnome sein wollt wenn ihr nur zwerge sein wollte dann sagt es bitte dann kriegt ihr keinen gnome so ganz einfach so wir sind jetzt aber an der wieder an der aufnahmezeit deswegen verabschiede ich mich dann mal wieder hoffe ihr freut euch auf diese steck gekommene vierte staffel auch wenn der anfang ein bisschen haarig war und das ende der dritten staffel ein bisschen schnell gekommen ist ich sag jetzt erst einmal bis dann